Hallo, ich bin Robin Hack. Kommt gerne rein. Schau mal, wir haben Besuch. Hier sind wir gleich am Eingang. Das sind alles meine Trikots in den Vereinen, die ich gespielt hab. Da hab ich jedes einzelne in den Rahmen gepackt und aufgehängt. Das ist hier Gladbach. Rieser Verein. Ich bin sehr dankbar, hier spielen zu dürfen. Hier haben wir noch ein kleines Prachtstück. Nachdem ich sieben Jahre dort gespielt hab, war das ein kleines Geschenk. Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Vor allem auch in der Jugend, in der U19, U17, U16. Da lernst du so viele Jungs kennen, die du heute auch noch kennst. Was meinst du, würdest du mal ein Comeback von der Frisur geben? Comeback auf gar keinen Fall. Hör mal auf, schau mal bitte, wie das aussieht. Also es ist wirklich bodenlos. Das sind auch nicht meine echten Haare. Da wollte ich mich ein bisschen verändern damals. Hab die immer kletten lassen, hat sogar meine Oma gemacht. Mit so einer Naturklettung, bis mir irgendwann die Haare ausgefallen sind. Das sah dann fürchterlich aus. Dann hab ich gedacht, lass mal wieder Locken wachsen. Also nie wieder. Das Comeback kannst du ausschließen. Hier, das Zimmer von meinem Sohn, Amio. Man hört immer von Erzählungen. Was es so mit einem macht, sein eigenes Kind zu haben, deinen eigenen Sohn. Das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das Zimmer hat größtenteils Melissa eingerichtet. Ich hab damit eigentlich nicht viel am Hut. Der Kleine hat gefühlt mehr Sachen als ich. Aber das hat man halt viel von Freunden und Familie bekommen. Das ist so sein Reich. Da kommen gefühlt immer mehr Sachen dazu. Wir wissen gar nicht mehr, wohin mit. Hier, so ein Windel wechseln. Macht die Melissa öfters als ich. Aber ich muss auch schon ein, zwei Mal ran. Hab ich anfangen gedacht, boah, jetzt hier die Bombe zu entschärfen, äh, schwierig. Aber ich hab's dann gelernt und Melissa hat mir das gezeigt. Wird dein Sohn Fußballer werden? Ich hoffe es. Also er hat's irgendwann mal selber in der Hand. Aber ich werd ihm schon ein bisschen trichtern. Also ich werd ihm hier ab und zu mal ein paar Bälle reinschmeißen, sobald er ein bisschen alles wahrnimmt. Und ein Borussia-Trikot hat er schon. Da passt er zwar noch nicht rein, aber ich hoff's natürlich, ne? Mischen im Papel. Mal schauen. Früh trainieren. Gut ernähren. Was ihr nicht vergessen dürft, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Das ist Melissa, äh, meine Freundin. Die Mutter meines Sohnes. Das war in Kreta. War so ein Schwangerschafts-Shooting. Obwohl der, glaub ich, ein bisschen fake ist, muss ich ehrlich sagen. Weil da war der Bauch noch nicht so da. Die hat davor ordentlich gegessen. Bisschen aufgeblasen im Bauch. Damit der auch richtig zur Erscheinung kommt. Das ist so ein bisschen Hayley-Ear-Bereich. Komm. Immer wenn's jetzt so warm ist, mach ich hier auf. Und dann pflanzt sie sich genau da rein. Ja. Da kann man wieder zumachen. Die bleibt jetzt, glaub ich, erstmal eine Weile draußen. Die fühlt sich da wohl. Ich weiß auch nicht, wieso. Hier so ein bisschen mein Ruheraum. Mein Raum, wo ich mich ein bisschen zurückziehen kann. Auch mal abschalten. Für ein, zwei, vielleicht auch mal drei Stunden. An sich lege ich mich eigentlich nur herein. Mach's mir bequem. Zieh mein Headset auf. Nimm meinen Controller. Und dann geh ich in die Lobbys. Ich zock eigentlich nur Fortnite. Also ich hab früher viel FIFA gezockt. Aber seit ich dann Fortnite gespielt hab, auch mit meinen Jungs vor allem. Verliert halt auch nicht den Kontakt. Also das ist, glaub ich, mit das Wichtigste. So die ganzen Kontakte, die ganzen Freunde, alle zocken. Und dann täglich oder jeden zweiten Tag die Stimmen zu hören. Über Themen zu reden. Das macht einfach Spaß. Und ich kann persönlich halt auch einfach abschalten. Kommen wir zu meiner Trikotsammlung. Da sind noch ein paar Trikots in der Wäsche. Aber das sind hier so ein paar. Auch ich tausch eigentlich größtenteils nur mit Spielern, mit denen ich irgendwie selber gespielt hab. Zu denen ich ne Bindung hab. Hier zum Beispiel Salih Özcan. Den kenn ich halt von Nationalmannschaftszeiten damals. Hab uns kennengelernt. Gregor Kobel hab ich in der Jugend in Hoffenheim gespielt. War damals noch, als er beim VfB gespielt hat. Serge Gnabry, mit dem hab ich in Hoffenheim gespielt. Das Trikot bedeutet mir sehr viel. Ja, weil's halt einfach ein super Typ ist und auch ein super Fußballer. Ja, und dann sind so ein paar Namen dabei. Hier, Schlotti, mit dem ich auch ab und zu zocke. So, das sind alles auch coole Jungs. Das ist noch ein eigenes Trikot von mir. Das bedeutet mir auch sehr viel. Das war damals in der Champions League. Da hab ich mal fünf Minuten Champions League Luft schnuppern dürfen. Deswegen hängt das auch hier. Das Trikot, das hat ne unfassbar witzige Story. Ich hab ja zwei Jahre bei Nürnberg gespielt. Und deswegen bin ich eigentlich komplett gegen Kreuter Fürth. Und damals, das war der Saapai, der hat damals bei Kreuter Fürth gespielt. Wir hatten ein Derby und wir haben, glaub ich, verloren. Und ich kannte den damals. Ich weiß nicht genau, von wo er kam, aber er ist nach Deutschland gekommen. Hat dann bei uns in Hoffenheim gespielt. Super lieber Junge. Also wirklich, ich hab mich auch gut mit dem verstanden. Dann haben wir damals gespielt und ich wusste gar nicht, dass er bei Kreuter Fürth spielt. Hatten dann das Derby verloren. Und nach dem Spiel kam er dann zu mir und hat mich gefragt, hey, können wir Trikot tauschen? Ich sag, ja klar und so. Ich kannte ihn ja noch von der Jugend. Ich hab aber in dem Moment gar nicht dran gedacht, Nürnberg, Fürth, da kannst du eigentlich kein Trikot tauschen. Das ist ein No-Go. Hab das dann gemacht und der ist dann tatsächlich, er ist dann tatsächlich, ich glaub unbewusst, aber ist dann mit meinem Trikot noch in die Kurve gerannt und hat noch so gejubelt. Und dann gab es damals auch ein Bild, wie er mit meinem Trikot gejubelt hat. Das hat er gar nicht bewusst gemacht, da bin ich mir 100% sicher. Aber es kam halt damals extrem dumm an. Es kam dann auch Enrico Valentini zu mir und da gaben noch alle Latten am Zaun aus. Ja, aber es war mir in der Situation gar nicht bewusst, weil ich einfach nur den Menschen, die ich kennengelernt habe, das Trikot tauschen wollte und nicht die Geschichte Kreuter Fürth, Nürnberg. Hier sind einfach nur Bilder. Hier ist mein Papa, das ist meine Schwester. Hier, das war dieses Jahr, da wurde ich im End of the Match im DFB-Pokal gegen Heidenheim. Das bedeutet mir sehr viel, weil das mein erster Auftritt für die Borussia war. Und ich durfte dann direkt mich mit einem Tor belohnen und einem Assist. Ich bin natürlich dann in die nächste Runde gekommen und der Pokal bedeutet mir sehr viel, weil es auch mein erstes Tor war im Borussia-Park. Hier kommen wir so ein bisschen zu meinem Fitnessreich, falls ich mal was brauche oder ein bisschen mehr machen möchte, kann mich hier so ein bisschen austoben. Meine Lieblingsübung, ich glaube der Klimmzug, da bin ich noch ganz gut drin. Die mache ich auch oft, da muss ich nicht so viel aufbauen. Und hier, die ist ja auch schon aufgebaut. In der Heckbar mache ich auch einige Übungen. Aber ich muss ehrlich sagen, so oft bin ich gar nicht hier unten, weil wir halt im Training auch viel machen. Was ist so deine Hassübung oder was magst du so überhaupt gar nicht? An sich die langweiligen Übungen, aber die sind halt extrem wichtig. Dehnen, vor allem nach harten Trainingseinheiten. Muss ich jetzt ausdehnen, ausrollen. Das sind Pflichtübungen, aber Spaß machen sie nicht. Lieber ein bisschen pumpen. Und Hayley mag sie auch. Also die ist meistens, wenn ich hier unten bin, dann ist Hayley immer dabei. Was? Es war mir sehr wichtig auch damals, dass wenn wir eine Wohnung haben, dass wir einen großen Garten haben. Einfach für Hayley, dass sie sich wohlfühlt. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Da achte ich eigentlich auch im Sommer drauf, weil sonst geht der Rasen kaputt. Ja, ich persönlich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen. Deswegen glaube ich, liegt so ein bisschen im Blut, dass ich ein bisschen abgelegen wohnen möchte. Ich bin jetzt kein Stadtkind und ich fühle mich eigentlich so auf dem Land relativ wohl. Deswegen mag ich es lieber ein bisschen, mag ich es lieber ein bisschen ruhiger und grün. Das ist unser Schlafzimmer. Das ist eine Eule. Da habe ich eine sehr, sehr enge Bindung zu meinem Opa. Der ist vor eineinhalb Jahren leider verstorben und der war für mich alles. Da ist auch so eine kleine Story hintendran. Deswegen verbinde ich das dann mit meinem Opa und der steht immer neben mir. Hier haben wir so eine kleine Garderobe. Hier kleide ich mich ein. Hier hängen auch ein paar Sachen von Melissa, aber größtenteils von mir. Hier ist das Babybett. Das steht eigentlich nur zur Deko. Der schläft meistens bei uns in der Mitte. Schlaf ist natürlich mit das Wichtigste, gut regeneriert zu sein und am nächsten Tag wieder Vollgas zu geben. Deswegen ist das hier so ein sehr, sehr wichtiger Platz, um hier runterzufahren. Wie viel schläfst du? Ich sage so grob so sieben bis acht Stunden. Das habe ich so für mich herausgefunden, dass ich mich da am nächsten Morgen echt gut fühle. Hier gehen wir jetzt ins Wohnzimmer. Ich glaube, das ist der Bereich, wo wir uns am meisten aufhalten. Ja, hier ist unsere Couch. Das war der Wunsch von meiner Freundin. Ich glaube, wenn ich entschieden hätte, würde hier eine andere Couch stehen, ein bisschen größer und vielleicht auch ein bisschen billiger. Mal in die Küche. Vor Amio war ich hier nicht so oft, aber seit er jetzt da ist, muss ich auch Melissa ab und zu mal unter die Arme greifen. Thema Ernährung, wenn wir schon in der Küche sind, da achte ich, glaube ich, sehr drauf. Versuche mir, klar, mal was zu gönnen, aber sehr, sehr selten. So, Freunde, das war meine Bude. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und ja, euch noch einen schönen Tag.